so einen schönen guten abend liebe leute und willkommen zu fall guys ich habe mich jetzt doch dazu entschieden fall guys zu spielen ich mich gerade etwas komisch an ja gut weil ich geld ausgeben muss und ich nicht daran gedacht habe dass bei babylons fall geht nicht also dass bei dem spiel babylons fall ist um das eingestellt wird und man da jetzt nichts mehr kaufen kann okay und es hat einen anderen Grund warum ich jetzt ja fall guys mache spiele und nicht abel und falls ich weiß nicht ob man das erzählt aber liegen sie habe ich gerade probleme mit dem sprechen ein bisschen heraus was interessant also da sind noch bisschen sachen gesperrt ja bis die sache mit meiner stimme behoben ist werde ich auch in nächster zeit nur noch kommandales stüben das war jetzt nur so ein test aber das geht nicht wenn man denke ich richtig krass heraus hätte ich nicht gedacht aber gut so ich muss etwas geld aus scheiße geld ausgeben weil ich mir noch was vor bestellen möchte und ja das sehe ich mir noch was vor bestellen ja und da brauche ich bisschen mehr platz also dafür habe ich zu wenig geld und um wieder neues geld aufzuladen auch zu laden muss ich jetzt nur ein bisschen weniger geld haben also ja holen wir uns 2.800 komm 20 euro heilige scheiße ja da wir im barbell und falls uns nicht mehr den kampf pass holen können wenn wir uns jetzt hier ein bisschen noch showbox holen ja ja interessant ja 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 das was ich mir gerade geholt habe ja ja lol haben wir dann jetzt direkt 25 Stufen saison es wird es wird in einer versorgung vielleicht construierung ok ich habe das mal nicht vielleicht nicht g es wird Und Show Bugs haben wir ja auch bekommen. Läuft. LOL. Elen Baby. Was ist das denn? Ja, Weltraum. Film. Ist die neue Season. Ja gut, ich denke, wenn ich mich ein bisschen bemühe, dann geht das schon mit dem Sprechen. Lalle, was ist das denn? Roboraupe Vorderteil. Da werden wir vielleicht da. Naja, naja. Teilweise hört man das schon aus. 4 of A. 4 of A. Okay. LOL. Das sieht interessant aus. Lalle, Spock. Interessant. Oh, so eine Sprechdingshaube gibt es auch. Okay. Ähm. Nimm den. Aus der Season. Du hast einen Fug. Ah ja. Supernova. Interessant. Dynamischer Abheber. Sternenanzug. Ja, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Raketener Rucksack. Hm. Ja. Ich denke, das wird fürs erste der letzte Stream sein, wo ich nebenbei kommentieren werde. Bis es mein Problem behoben ist. Naja. Das Ding ist halt, mir fehlt ein Zahn und... Ja, ich... Das muss das jetzt dann. Ich hoffe, dass ich schnell... Äh, das ist jetzt möglich. Äh, wieder einen Ersatz zusammenbekommen, damit ich wieder an Nummer reden kann. Dann können wir wieder richtig, äh, streamen. Ja, schon ein interessantes Günstler. Abfüllstreifen. Okay. Interessant. So viel Jubel, interessant. Kramkabel, ah ja. Mhm. Was? Wie war geht denn das? What the fuck? Äh, da wird ein Kron geschenkt, äh, wirklich. Bis 200 oder was? Ach, du Scheiße, äh, wirklich. Ja, bis 200. Bis man da hinkommt, ey, da muss man echt spielen. Okay, deswegen verstehe ich, wenn man da jetzt direkt, äh, 25 Stufen am Fahrssprung bekommt. Durch den Bonus. Heiliger Scheiße, äh, wirklich. Der Kraken. Äh, ja, ich kann mich selber wissen an, aber, äh, das kommt doch vorn. Wenn man das Zähneputzen höher gisst. Ja, ich denke mal, hätte ich früher mehr meine Zähne gebürzt, hätte ich diese Probleme jetzt nicht. Aber, naja, so ist es halt, leider ist das schon passiert, da muss man nichts mehr dran ändern, er kann echt nur schauen, dass ich nicht noch mehr zähne fühle, ja, äh, haben wir schon gehabt, jetzt, wenn ich jetzt nochmal spielen, ja, ich hab das schon, äh, was ist das? Soso show, 1,2ở Weltraum, ja Ah, ja, schauen wir mal, wie lange geht, ein T season, inte season. 67 Tage, okay. Ach, du meine mir da. und dann brauchen wir noch so viele exp das ist schon krank wie soll ich da auf die 200 kommen erklärt mir das ich muss ja extrem viel spielen mit 40 leuten ok ja babylon falls gibt es dann noch nicht wieder vernünftig reden kann wettlauf im all scheiße naja sehen wir uns in der runde ok das sieht krass aus ok 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 Interessant What the fuck? Ach der Schande Ah, das ist ein Truppschau, lol Ist mir gar nicht aufgefallen Wie riesig ist denn die Map Oh, da ist es schon durch Heiliger Kacke, ey Okay, nein, oh man Wir sind erster, obwohl ich nicht durchgekommen bin Ach du meine Güter Was ist das? Ist sehr gehofft Okay Vielleicht sollte ich doch weniger reden Reden Hyperanthropen, Überlebenskampf Okay Ja, das ist eh mein Ding Denk ich mal Warum ist das eigentlich ein Truppschau? What the fuck? Wie bin ich noch im Rennen? Ach der Scheiße, ey Ey, das ist schon mal wieder was anderes Ah, das ist schon mal wieder was Ähm, müssen wir da warten Junge, hör doch Oh, da hätte ich nicht springen müssen Egal Okay Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Eie, okay, da ist einer noch rausgefahren. Ja, wie gesagt, das ist eh immer ein Ding. So viele sind, glaube ich, auch nicht durchgekommen. Nur noch drei Truppen, was? Okay, lol. Haben wir jetzt schon wieder die Finale? Oha. Außerirdisches Kachen. Letzter Runde für die Finale, okay. Interessant, okay. Das finde ich auch gut gemacht. Dass man jetzt sowas wie Hexagon hat, nur damit die Felder, nur dass die Felder dann wieder da sind. Und was ist das für eine Musik? Moment, das kommt, glaube ich, erst noch. Nee, das ist schon komisch. Oh, mit den Dinger. Interessant. Irgendwann, hör auf mich zu grünen. Scheiße, das war, das war dumm. Das versuchen wir nicht nochmal. Das versuchen wir nicht nochmal. Eieieie. Oh. Ich sag dann mal so, die nächsten Tage werde ich dann in der Bedellert schauen, dass wir da alle restlichen Archivaufgaben aus dem aktuellen Foliehand machen. Und dann weiter in dem Vorgang. Bis ich wieder nochmal reden kann. Was ist jetzt? Also, die neue Season ist schon ein bisschen komisch. Eieie, so viel bekomme ich. Oha. Warum, ey? Das ist schon krank. Und wie viel bekomme ich von der normale Runde? Okay, ist exondert. Ja, also die Menge an XP haben die hier schon sehr angehoben. Warum auch immer. Oh gut. Nehme ich so hin. Oh Gott, was ist das denn? Mindestens eine Bronsenmedaille. Okay, das ist einfach. Ja, also das mit den Kodos haben wir immer noch nicht wirklich, ähm, verbessert. Das haben wir einmal geschafft, okay. Ich bin für meine. Ich bin für meine. Oh, das ist meine Uhr. naja haben wir ja schon ja keine ahnung warum das eine trupp scheu ist aber es ist wahr kosmische autobahner gott was soll ist es so wie große fans so ähnlich mal schauen so ähnlich ach da sind autobahnen ok das hat mich hochgescheuert bin ich der erste lol ich bin der erste der dadurch gekommen ist hätt ich jetzt echt nicht gedacht aber gut naja das war doch bisschen einfach und kurz im vergleich zum anderen zu der anderen ersten runde ja also das sind schon mal vier neue maps mal sehen wir jetzt noch irgendwas neues ich bin als erster doch und wir sind trotzdem fünfter ich habe 38 punkte gemacht ja ok und die erste truppe hat 100 1 ja 101 111 würde können sie machen da haben die jetzt noch über 10 punkte gemacht 12 punkte krank wir sind wir noch durchgekommen mal ohne jetzt ohne der 38 punkte muss das geben also die haben dann zusammen 36 punkte gemacht ne 46 pixelmaler was ist das achte meine deine ernst also sie haben zu dritt acht punkte mehr gemacht als ich alleine was ist das was ist das das jetzt um die da reihe ach ne das hat man ja schon Ey, was zuhörig machen die da? Guckt euch die Scheiße an, ey Kommt Ey, das hat mir was Ach der meine Gitte Ach du Scheiße, wir müssen so... Ach, nicht euer Ernst Sie ist um auf der anderen nicht müde Ey, das kann ich mir vergessen, ey Ah, shit Oh ne, jetzt hab ich... Scheiße, ey, komm, lass mich da hoch Ja, wir hatten auch einen, der nicht richtig mitgemacht hat Der stand einfach nur da und hat... Ey, ich weiß nicht, was das am Anfang war, ey Habt ihr jetzt von Anfang richtig gemacht Dann wären wir jetzt sicher durchgekommen Ja, keine Ahnung, was du mit dem Leuten auch so... Die Stühle Die Stühle Ja, warum auch immer. Die Menge hier so angenehm haben bei XP, ich mein, das macht ja eigentlich keinen Unterschied, oder? Wie spät ist es denn? Ah, 19 Uhr, okay. Ja, maximal bis 1 und 12 Uhr, Leute. Ja, ähnlich geht es. Ah, da ist schon wieder. Aber teilweise stört mich das, wie sehr man es teilweise heraus wird, obwohl ich eigentlich normal sprechen möchte. Ja. Das ist jetzt so das Problem. Ah, das ist doch widerlich. Okay. Ähm, ja, okay. Ich dachte schon mal. Ach, da war meine Güte. Die haben es richtig gut gemacht. Ah, ne. Da hab ich irgendwie wieder jetzt gemacht. Scheiße, okay. Äh, äh. Äh, shit. Ja, jetzt kann ich verstehen, warum die anderen teilweise hier schön sind. Ich bin der erste. Ey, wo, was treiben die anderen? Ich bin der erste. Ey, wo, was treiben die anderen? Okay. Ach, der Schande. Ey, das sieht schlecht aus, gerade. Ja, wenn er jetzt noch schnell ins Ziel kommt, haben wir vielleicht noch Glück. Ja, ne, da müsste er mindestens zehn Punkte machen. Scheiße. Hat er einmal genommen. Ja, und das ist jetzt vorbei. Wir sind raus. Zwei Punkte. Ne, vier Punkte. Ach, der Schande. Da hat die 70 Gruppe da noch zwei Punkte gemacht. What the hell. Ja, geil. Was hab ich da wieder für'n Pech? Was bekomm ich da wieder für'n Leute, ey. Na ja. Es hat, äh, zweihundundfünfzehn, okay. Ah, ja. Das sind halt. Ja. 100% mehr. Warte mal. Ne, nicht 100%. Was rege ich denn da? Das ist zehnmal so viel, als aus der letzten Saison, was wir bekommen haben. von den XPS. Ja, ne. Bis ich, äh, zum Zahnarzt gekommen bin. Bis ich zum Zahnarzt komme, darf ich echt nicht mehr viel reden. Ja, das ist schon ein bisschen anstrengend. Hatten wir das schon? Ja. Ja, hatten wir. Das hatten wir schon mal. Okay. Als allererstes. Ich hätte gehofft, das würde mich mehr nach vorne schleudern. Das war das jetzt nicht gut, ich weiß nicht. Oh, Mann, 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 Mann. Hey, letzte Mal hat das geklappt. Und wir sind nur so dritt. Und wir sind nur so dritt. Wow, wie ich nach vorne fliege. Kann ja eigentlich schon wieder vergessen, naja. Sonic, keiner von uns ist durchgekommen. Oh man, ja das haben wir ja völlig für Cocktail. Keiner von uns ist durchgekommen. Ah ja. Die sind immer noch gesperrt. Aber muss ich zuerst das eine da schaffen. Ach Gott. Ja, aber da sind die Sachen dann doch relativ einfach freizuschalten. Und wir bekommen da nur 200 Kudos. Sehr wenig. Ach der Scheiße. Ja, das ändern sich auch nicht. Katastrophe. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also die 200 werde ich auf jeden Fall noch erreichen, was bedeutet, wieder viel voll geil zu spielen, oh Gott, nur schauen Oh Gott, jetzt kommt er Ich hätte mich da noch retten können Okay, hat gezählt Geil Oh, der ist das schon durch Nein, ey, kann doch nicht sein, oder? Immerhin Und der zweite von uns ist auch schon durch, das ist schon mal gut Startbereich, sehe ich das richtig? Ja, heilige Scheibe Na egal Danke, wie es hat ein Trastung weiter sein Trastig, eh, der ist direkt nach mir herangekommen Der andere Ich soll jetzt, äh, 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 wurscht er auch noch schnell durch Naja Sieht nur fast perfekt aus Hat er irgendwie geschlafen, oder musst du weg? Er ist jetzt durch, na gut Ah, wir wären sogar fast der erste geworden Na, hat der von Anfang mitgemacht? Wäre einer der ersten gewesen, der durchgekommen wäre Wäre einer der ersten gewesen, der durchgekommen wäre Dann werden wir da bestimmt, äh, erste Platz machen können Ah, egal Abzache, wie so weiter Vielleicht hat er auch mal geschaut, äh Wie wir uns schlagen Und Okay, das ist eine neue Frenetische Fabrik Ah, da meine Güte Ja, hättet ihr auch noch erkannt, dass er sich, äh, denkt Guck mal, wie sich die anderen schlagen Wenn die gut sind, dann, äh, mach ich Äh, richtig mit Äh, nicht, dann bringt es mir auch nichts wirklich, Punkte zu machen Keine Ahnung Ähm, ja gut Hi, what the hell? Ach so, die grünen sind schon Also gelbe muss ich Interessant Interessant Ah shit Ah shit Ah shit Was ist der drück Ach komm Das war meine Ich bin ja Hä, ich bin ja Ja, ich bin ja Ah shit Ich bin ja Ja, ok, konnten wir uns noch gerade qualifizieren. Schöne Sache. Boah, ist er noch. Ja, gut. Geht in Ordnung. Interessant, interessant. Ernsthaft? Oh Gott, aber warum das jetzt? Also dann gibt es da noch eine vierte Runde, okay. Vierte Runde, finale Runde. Okay. Äh, ja, so muss das nicht sein. Ey, seid ihr alle zu doof, oder was? Äh, ja, so muss das nicht sein. Ach, ja, so muss das nicht sein. Ich war's, auch nicht. Ich war's, essen. Wieso bekomme ich nur solche Spende gerade als Teammate? Hm, 3... Das war's. Das ist von der anderen Seite. Ey, das ist so bescheuert, wirklich. Es konnte sich nur einer qualifizieren. Es ist doch nicht so schwer, oder? Wie können sich die Leute deinen so anstellen? Gut, man muss aufpassen, wo man hinspringt und was man aktiviert und was nicht dazugehört. Aber das kann man immer noch ausbessern. Man muss nur genau schauen, was da auf dem Bildschirm oben ist. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich weiß nicht, wie die Leute sich so da anstellen können. Wahnsinn. Da hat's jetzt am Ende tatsächlich geschafft, nur eine Truppe durchzukommen. Wow. Geiler Scheiße. Ist an sich nicht so schwer, aber wenn wir die anderen einfach machen, irgendeine Sache machen, das ist leider ein Teamspiel. Ich weiß nicht, ob das auch noch an der Solo-Truppe geht. Aber ich bin mir sicher, da würden wir auf jeden Fall durchkommen. So wie sich die Leute anstellen. Keine Ahnung. Ist schon ein bisschen lächerlich. Äh, um nicht weiter vorzubauen. Äh? Achso. Äh, okay, interessant. Ich muss ein bestimmtes Spiel spielen. Na ja, kurze Pause, Leute. Ich muss eine rauchen. Äh. Ich geh gerade noch so viel in deinem Stream. Gerade so. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und mein Gesicht und so zu sehen ohne meine Stimme zu hören, ja, ich weiß nicht. Da wäre hier eigentlich dann ihr Hauptsache Vorgeister und DVD-Machen. Besonders bei DVD habe ich ja auch immer wieder genug Zeit und so, äh. Zu antworten, also über, über den Chat zu antworten. Ja, gut, bei Vorgeister ist ein bisschen schwieriger, aber bei DVD geht das klar. Ach so, das steht an. Gut gemacht, Junge. Warum macht er bei mir deine Maut nicht mehr? No. Komm. Ja, okay. Help! Nein, ich bin der Name gesprungen! Lange, das höre ich mir jetzt! Ich bin der Name gesprungen! 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 Das macht's zu helle, okay. Das sieht auch wieder so wenig aus. Das macht's zu helle, okay. Das macht's zu helle, okay. Das sollten wir schon schaffen. Okay. Es ist noch ziemlich verpackt. Okay. 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 was ich gemacht habe. Moment, bei vier... bei 40? Ja, das 40 kann ich echt nicht mehr richtig aussprechen. Dreck. 31. Hä, macht das irgendwie Sinn, irgendwie nicht? Da hätte ich ja 2.30 Punkte machen müssen, oder? Da waren wir 39. Ne, wir müssten dann eigentlich 38 gewesen sein. Dann würde es noch gehen. Ja, wir waren nur 38 Leute. Anders könnte ich ja nicht zirber machen. Ich müsste das andere mal wieder bekommen. Hm, so viele Krokodile und glaube ich. Und warum meine Mords hier irgendwie... Wuii! Wuii! Ah ja, verbracht sind, keine Ahnung mehr. Schade. Doch durch könnte er drüberrufen. Ach, das ist schon da. Wuii! Diese Jump, ey. Huiiii! Huuii! Huuuach! Anders auf, Leute. Hör auf, halt! ach der schande ich bin wieder der letzte von uns ach der meine guter Der scheint mir absichert, oder? Ja, danke, du, äh, Freund, der mir nichts in den Weg abschneidet, so kommt mir das noch voll witzig an, ey. Nice! Und jetzt das Ende, pff, wird doch am Ding, so. Was ich noch spielen muss. Schöne, äh, schöne Sache. Komm. Naja, jetzt kommen wir wieder Pixel, mal sehen, wie behindert, dass jetzt wieder wird. Wahrscheinlich springen wir wieder so wild und chaotisch durch die Gegend, auf die Felder. Ohne ein Plan, was uns die Ronde versauen würde, aber mal schauen. Ähm, wir sind noch voll zig, sehr gut. Sehr gut. Ähm, okay, mal schauen. Ach so, Moment. Sorry. Ich hab falsch geguckt. Ähm, da noch einer. Ups. Shit. Hä? Ja, das hatten wir schon mal. Ne, Moment, hast du nicht. Mhm. Was macht der da? Das muss weg. Also, was macht der da? Äh, seht ihr das schon, der richtige? Äh, seht ihr das schon, der richtige? Doch. Vier. 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 Drei. Drei. Vier. Nochmal. Ne, Moment, dass man weg. Hä, irgend so ist fast so nicht. Vier. Oh, meine Güte, ach zur Scheiße, was ist denn das denn jetzt wieder? Äh, drei? So. Oh, Mann. Was wird das denn jetzt wieder? Irgendwas fehlt da. Drei? Hä? Ah, jetzt sehe ich's. Moment mal. Hä, das passt immer noch nicht. Es konnten sich nur zwei qualifizieren, wieviel Zeit hat man dafür dann, ey? Ich hasse die Scheiße, wirklich. Ah, diesmal haben wir das eigentlich richtig vernünftig gemacht, aber... Weiß nicht, die Zeit war viel zu knapp. Na ja, vielleicht bekommen wir mal wieder das andere, ich weiß doch nicht. Ohoho, siebentausend. Zweimal noch die zweite Runde, ey, ja, okay. Stehen, schumper. Alles klar. Was ist das? lol ok das haben wir schon mal da ja wird auf einmal brauchen wir noch einmal cool wenn wir das wieder bekommen würden ja also eigentlich wollte ich ja gegen oktober sollen oktoberzeit lost in random spielen oder wie das spiel heißt das werde ich leider verschieben müssen wegen wegen das ende von babylons vor allem als wir haben das bekommen danke spiel müssen wir verschieben ich bin mir nicht sicher ob ich dann das nicht doch noch irgendwie vor dem nächsten oktoberzeit spielen werde lost in random aber ich hätte schon mega bock auf das spiel nur weil babylons vor jetzt leider mehr oder weniger ausgeschalten wird also man kann dann im februar echt nichts mehr machen das ist dann einfach weg das spiel die ganze spiel start spiel daten werden gelöscht man kann das nicht mehr spielen und genau aus dem grund her will ich meine nächste zeit eigentlich nur noch mich um das spiel kümmern so lange ich das noch spielen kann deswegen müssen jetzt andere spieler dann ein bisschen im untergrund nach hinten geschummeln ich habe es nur gerade noch erreicht was mache ich da ich wollte nur zurückspringen und nicht auf die seite um runter zu fliegen what the fuck oh man oder ist das schon durch ach das war eine von uns krass okay da hat das einmal gestimmt was war das jetzt wo bin ich dagegen gebreit da war nix hä aber das ist schon extrem böter gerade aber wie schnell vergeht die zeit da ist einer von uns der allererste der durchgekommen ist und trotzdem ist er mit uns runter rausgeflogen also aus der ersten runde aber wie wenig zeit hat man denn da bitteschön ich hoffe das optimieren den noch mal ein bisschen ja das ist sie trotzdem ja das ist sie trotzdem ja dann gibt es da noch zwei andere spieler die ich hier nicht zocken würde das wird dann alles nachbabelins vollkommen also keiner das große keine update werde ich auf jeden fall spielen wenn es rauskommt auch das werde ich denke ich an heroin auch noch bei dann werde ich denke ich vorgeist ein paar mal inzwischen packen müssen aber ansonsten wird es bis zum ende von barbillons voll wirklich nur das gehen bei mir äh in nächster zeit auf dem kanal aber ich denke ich schon erwähnt aber ich will das ganze genau nochmal genau durchgehen durchgehen so ja ja das auf jeden fall also da hat man zeit da hat man auf jeden fall zeit das andere äh wird laufen alle ja scheiße ey da hast du absolut keine zeit keine ahnung warum die das so gemacht haben aber gut ja nächstes jahr das sind dann schon so viele spieler die wir dann zocken werden ach du ne ich deine eher ansätze oder ne ich deine ernst netz oder ne ich deine ernst netz oder oooh oook oooh oooh oook Was ist das denn jetzt? Komm, weißt du ob das sie nicht mehr ausgereicht hat? Keiner von uns, ey. Jetzt ist einer durchgekommen. Kannst du vergessen, ey. Wir sind da der Checkpoint, der ich dachte... What the hell? Komm. Ey, das habe ich so gut hinbekommen. Warum haben wir hier jetzt Probleme? Oh shit. Ach, jetzt habe ich hier den Checkpoint, what the fuck? Ey, das Spiel ist noch so verpackt. Warum schaffe ich das nicht? Ach, nö, komm. Kannst du vergessen, ey. Ach du Scheiße, ey. Ey, so schlecht war ich noch nie. Ach du meine Güte, ey. Ihr wart doch schon mein Erster. Ich war doch schon mein Zweiter. Und jetzt bin ich nicht mal durchgekommen. What the fuck? Oh Mann ey. Oh Mann ey. Das war der jetzt überhaupt nicht. Scheiße. Ich glaube wir sollen uns mal umkleiden. Ja, das war eine reine Katastrophe gerade. Oh, wie ist das? Ich habe mir da was gehoben. Hey, wo sind die Dinge? Kraterkönig. Ach so, Kraterkönig. Oh, der ist gar nicht die Spiegel. Tja, auf jeden Fall. Ah, das sieht auch interessant aus. Ach so, mein Summe. Warte. Könnte passen What are you doing in this? die gitarren bei uns grauen ohne ein bord interessant interessant naja sieht man nicht, kaum was das ist auf jeden Fall interessant anzusehen, oh wir haben nur noch eine halbe stunde das sehe ich gerade ja gut wäre das auch nicht wirklich viel verlangern ja habe ich schon gesagt wie mich das ankotzt naja ja hoffe ich klappt das jetzt ja 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 und ja 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 Ach der meine, Güter. Ach nö, das ist so ein Fehler. Ah, 30. Ja, das zieht verdammt gut auch rein. Denk nicht, dass wir hier noch rausfügen werden. Der Röder, der Röder, der Röder, okay. Und dann wieder das so, mit 115, ey. Läuft. Oh, das war gut. 30. 32. 52. Das heißt, die anderen haben 63 Punkte gemacht. Ach, zur Schandung. Ja, macht schon Sinn. Aber Inti dann auch nicht, sie müssten dann eigentlich direkt vor mir ans Ziel gekommen sein. Mit 32 und 31 Punkten. Oh, da ist dann noch jemand aner, ähm, nach mir reingekommen. Naja. Wir haben's mal wieder in die zweite Runde geschafft. Wieso, du musst eigentlich auch spielen. Okay. Ja. Da können wir wieder gleich ne neue Runde suchen. Ne neue Show. Boah. Das ist echt zu fehl und zu chaotisch. Pfff. 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 So. Ach, mal genau darauf. Und sehen was der andere machen. Ja, das ist einfach. Ach, das muss weg, oder? Ja, ok. Na komm, noch einer. Ups. Was, äh, machst du da? Hä, Moment mal, da hab ich ja was damit verstanden. Ne, die, die leuchten. Hä, ich check das nicht. Also, Moment mal, das muss weg. Äh, drei, 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 vier. Das war nur, äh, Mütter. Oh, Mann. Oh, Mann. Junge, was machst du da? Das muss... Leute, ach komm. Einer noch. Ach, da, meiner Güte. Ähm. Ja. Okay. Äh, äh, das... So. In der Mitte noch, okay. 2-2. Oh, nice. Wir haben es mal weiter geschafft. Unglaublich, ey. Ey, lass dich das mal leben. Und auch, äh. So sieht's aus, wenn... Leute, ein bisschen... Äh... Kompetenz zu... Äh. Äh. Wenn ich jetzt doch vielleicht verwirrt war gerade... Äh. Teilweise auch, oder? Irgendwie haben wir es geschafft, ey. Und so sieht's aus, wenn jeder richtig mitmacht, ey. Wie fühlt er denn in Kontrolle, kann ich gleich wieder in die Tonne treten. Oh, das sind... Es sind nur noch... 2 Truppen, Leute. Okay, dann haben wir Finale jetzt. Mal schauen. Außerirdische Kacheln, okay. Ja, das ist immer dasselbe, oder? Oh, okay. Mal schauen. Wird er schaffen. Vielleicht gewinnen wir sogar. 2 4 3 1 1 2 2 4 Jetzt ist das auch nicht der Knallbeilz oder was? Es ist nur keiner runtergefahren, ey. Einer jetzt, okay. Einer aus dem anderen Team noch, ey. Ah, der. Scheiße. Oh, Mann. Das habe ich viel gemacht, ey. Oh, nee. Jetzt verlieren wir das noch, oder was? Könnte für... Ach, komm. Was war das, ey? Ey, es war nur noch einer aus dem anderen Team, ey. Wir waren alle noch da, ey. Das eskalierte jetzt schnell. Schade. Komische Truppe. Schade, schade. Das ist ja nicht. Das ist ja so, so. ist das ja nicht. Und dann wird das. aaaaa. Hmm. Hyperanthropen. Was? Sternenkarte? Was ist das denn? Sternenkarte hat nur noch gar nicht. Was ist das denn? Sehr komisch. Kann man das in der Solo machen? Dann müsste ich das eigentlich auch vor allem spielen. Aber nee, das muss aus dem Modus kommen. Sternenkarte? Hatten wir noch gar nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Nee, das steht da auch in dem Modus Sternenkarte spielen. Also irgendwie... Keine Ahnung, ist das eine alternative Finale-Runde? Was ist denn eine andere Finale-Runde? Die wir noch nicht gesehen haben? Sonst hätten wir das schon nix haben müssen oder nicht? Ne, komm, weiter Katze, das sieht's komisch aus Ja, ja, ja Das ist mir schon wiederhend, da ok da ist er schon dauer so ist es nicht wahr schon ach komm ist das euer ernst wie wenig zeit will man hier noch vom spiel haben ja das ist so bescheuert ey ich hoffe die verbessern dann auch ein bisschen was an der wanne aber so kommt doch keiner durch ey also da habe ich schon runden gesehen wo hinten locker tausend leute nicht tausend leute ja doch irgendwie tausend leute die 500 mal in ziel kommen können mit dem zeit und hier heilige schätze da hast du absolut keine zeit naja und schon wieder die scheiße umann gefühlt für die verdammt riesige map nur eine halbe minute zeit hat oder so kann auch noch die 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 Oh Gott, ey. Ich bin der Neue, ich bin der Neue. Mal sehen, ob das was wird. Oh, Mann. What? Was soll das jetzt? Und schon... What the hell? Was soll er? Was soll er sein? Ohohoooo! Ja, wobei das ist ne spezielle Show, das ist ne spezielle Show, das ist keine Solo-Show, das ist Kamau-Programm, keine Du-Show, keine Trupp-Show, wo es um die Punkte geht oder um die Qualität für Kassitionen. Ja, hier eigentlich schon, aber weiß ich nichts, da es ein eigener Show ist und hier vielleicht zeitmäßig andere Regeln. Ich hoffe, also wirklich, das ist nur weil es eine spezielle Show ist, das es einfach so schnell geht und die uns da keine Zeit lassen, aus dem Grund. Ah, wie auch immer ich das geschafft habe. Das ist schon ne... Was?! Wie hat's mich denn hangauen? Ach, da meine Gülle. Oho! 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 Jetzt sind wir plötzlich erst allein und wieder der Retter, so schön, ich kann es gehen. Komm, du schaffst das! Sehr gut! Sehr gut! Du schaffst das! Sehr gut! Ja... 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 Aber... So, jetzt... Schade, da habe ich ein bisschen zu früh gesprungen, äh... so kann es mir aus... So kann es nur noch 4. Nun... Und was ist da jetzt? Ja... Ja... Da geht der Tag auch nicht los, ey! Was ist das? Ach komm, der war jetzt schon fast am Ziel. Ne... Ich schaffte es, da wieder dazwischen zu kommen, ey! Ich schaffe es, da wieder dazwischen zu kommen, ey! Wow, und damit ist so... Damit verändert das Ganze, okay! Ich kriege den zweiten Platz mit jemandem an. Sehr gut. Sehr gut. Da war nur noch einer alleine. Wow. Sehr gut. Freinetische Fabrik. Und wo ist das jetzt? Der Stirn-Kader. Ja, das kann eigentlich nur der Finale-Runde sein. Sonst hätten wir das schon nicht mal gehabt. Sind jetzt immer dieselben Runden gewesen, die wir jetzt hatten. Nur der Stirn-Kader nicht. Das muss eigentlich in der Finale-Runde sein. Ja, da sind wir nur zwei Mal im Finale gekommen und haben nur zwei Mal dasselbe gehabt. Ja. Kommt das um eins, äh. Um null, äh. Ich bekomme die Krise. So langsam habe ich da wieder solche, äh. So ein schlechtes Gefühl. Das ist genau wie diesen scheiß Reifen und Legenden. Oh man. Oh man. Himmels 4. Woho! Was ist doch ungefähr das béke? Oh Oh Natürlich schaffen wir das wieder nichts Uns haben noch vier Vier Gefäder Mal sehen was jetzt in der finale Runde kommt Sternenkarte Sternenkarte Zehenspitzen für meine Arme Okay das ist wieder was anderes Hä aber Sternenkarte Warum kommt das nie Da fehlt uns immer noch was Wie oft muss ich die Scheiße noch spielen Bis wir das bekommen Das sieht krass aus Das sieht krass aus Oh I don't got this Aber das mit der zwei Runden haben wir jetzt geschafft Yay Was ist das Hm Was ist das Ja Wenn das mal kommen würde Ja das ist noch kein einziges Mal Ich bin drauf gekocht jetzt Weil wir nicht mehr Wir machen das neue Mal Um zu sehen ob wir da das vielleicht mal bekommen Die Sternenkarte Oh Ich so langsam meine 12 Wir machen das jetzt schon Zwei Stunden und 20 Ich bin doch Dieser Modus Und Noch kein einziges Mal hat wir stellen wie extrem selten ist die scheiße das mit den hauber denkst du ja haben wir jetzt auch nicht so oft bekommen das spiel ist ja witzig der welt dass wir was schaffen oder was spielen was so extrem selten kommt naja gut müssen wir dann morgen weiter machen oder die tage auf ich bin müde das wird die letzte schauern wir sind nicht vorzeitig ok naja dann machen wir noch in der schau wauw Okay. Okay, das spielt schon jetzt aber jetzt egal. Hä? Was gibt mich da denn runter ey, ich versteh das nicht. Mal sehen ob das was wird. Das ist auch schon vom Ziel. Und der hat es auch geschafft. Ah cool. Ah, der erste Tag war Rundered. Lol, was war das jetzt? Hä? Wir haben uns doch noch weiterqualifiziert. Wir sind wieder intolerant. Ach du Scheiße, jetzt kommt das wieder. Ja, Mann. Ich hasse dich scheiße. Das ist genau so wie Ralf von der Gärten. Oh, ich bin da unten. Okay. Ja, ist okay. Ja. Ja. Das bedeutet. Das war's. Das war's. Oh nein. Das ist ein Klappennachteil. Ach das, meine Güte. Hey, Junge. Das gibt's doch nicht, ey, wo kommt der jetzt plötzlich her? Aus meiner. Ja, wir sind hier klar im Nachteil, Alter. Zwei Punkte haben wir uns noch gefehlt. Wir waren eine weniger. Sternenkarte. Ach, jetzt kommt das. Ja, das machen wir noch. Ich bin hier nicht langsam genug. Ich würde mir das hier nicht noch machen. Das muss fast in der Final-Runde sein, ey. Was denn sind wir noch schon nix gehabt? Hallo, Spiele. Ich bin hier nicht. einmal noch schon wieder Wettlauf einmal man 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 mal ja warum sind wir jetzt wieder nur zu dritte das ist nicht dein Ernst ich habe es mal wieder hochgeschafft krass ach der meine Götter heiliger scheiße ok interessant was ist das denn was zur Hölle ey einer muss noch ins Ziel kommen was ist das ok das haben wir noch ins Ziel geschossen krass wooo wooo naja bekommen wir jetzt was stellenkarte oder das andere zumindest hmm über den Treppen gut zumindest das ja stellenkarte gibt's irgendwie nicht keine ahnung ne ne das muss dann noch ne dritte für eine andere sein dies aus den neuen wenn sie sind gut ab 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 das sind nur noch die beiden ja wenn das eine truppe ist dann jetzt ist nur noch die übrig ja dann haben wir schon wieder ein zieg oder keiner gewinnt er hat ja gewonnen die mediatruppe ok wieso geht das weiter was ist das da ist keiner mehr wir müssen auf den timer warten nur interessant naja schon komisch ja gut das mit der stangenkarte keine ahnung und wird das jemals zum gesicht bekommen werden was wünschte ich mal für die letzte tiki hier auf solcher machen wir nicht mehr keine ahnung ach so sind kostenlos dachte ich mir das mit dem kronen später ist auch alles kostenlos oder kronen scherben also da wirst du reichen mit kronen beschenkt man sich da jetzt auch in das so get on i don't know okay Untertitelung des ZDF, 2020 9 Sekunden, ah ne 9 mal Sprung genau, ja das haben wir bald, so ich geh auf Leute, und das wird fürs Erste, das letzte mal sein, wo ich reden werde, bis das kleine Problem bei rum ist, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, und, bis zum nächsten mal oder so, der geht den nächsten Tage, ey vielleicht morgen werde ich noch Vollgas machen, dann, äh, ja, auch eine DVD, vielleicht werde ich doch noch mit Babelons vorne anfangen, aber, da auch nur, bis zum Ende die Demo, wir sind am Spielen, mit einem neuen Wächter, um nochmal die ganze, äh, Story-Sequence und so, zu durchleben, nochmal, ähm, anzusehen und so, ähm, neue Season jetzt verfügbar, äh, ach das ist, okay, das Prime, denkst du, ach das ist, okay, das Prime, denkst du, ähm, bevor ich dann wieder bequatsche, ähm, ja, ähm, was soll ich mal ein kleines Problem, da, äh, schon wieder, ähm, no, no, so, ähm, so, ähm, das sieht auch interessant aus, na, bis dann, äh, unser,